Ich fliege nicht gern, ich hasse es. Ich glaube, dieser Fluggeschäft ist so wie alle anderen. Hallo, ich hoffe, Sie finden den Flug gut. Besser benötigen Sie unsere Unterkünfte. Unterkünfte? Wie Flugzeugördnisse? Er wie Starbucks und ein Begleithand für jeden Passagier. Wow! Hallo und danke, dass Sie mit uns fliegen wollten. Wir sind die beste Fluggesellschaft mit mehr Unterkünften als alle anderen. Unsere Starbucks hat Deutschkaffee, wie Kaffee, aber mit Kohlensauern. Unser Kaffee hat zwei großen, Deutsch und Amerikanisch. Fliegen kannst wässig sein, aber können Tiere berühmt sein. Experten sagen, Begleithunde sind am besten für Stress. Ich liebe Hunde sehr viel. Sie heißt Beezus. Ich bin allergisch gegen Hunden, also bekomme eine Katze stattdessen. Oh, ich habe meine Katze verloren. Ich kann nicht ohne Starbucks leben, nicht einmal eine Stunde. Und wenn man First Class kauft, kann man andere Tiere benutzen, wie Pferde, Affen und Haifische. Kommt bald. Unsere Mitarbeiterinnen sind sehr glücklich. Wie Isabella. Ich arbeite gern hier. Die Arbeit ist nicht so lange. Mein Lohn ist gut. Und ich bekomme Starbucks kostenlos. Rita. Ja, ich arbeite gern hier. Es ist sehr gut. Und ich liebe Tiere. Und Boris. Boris ist ein Schimpansä. Wenn fliegt man mit Flugzeug, Sicherheit ist garantiert. Aber wir sind nicht verantwortlich für Turbulenzbrennen. Süffelig Schimpansä-Ereignis. Hässliche Tiere. Flugzeuglärm. Mädchen tragen Uggs. Notlandung. Vermeer Starbucks. Wenn du kannst nicht deine Lieblingstier bekommen. Bananenschälen im Flugzeug. Der Geruch. Und bitte, bitte, bitte. Gib nicht Boris Starbucks. Heute besuch unsere Website für eine Sitzgelegenheit. www.kluzorg.de Bitte, benutzen Sie unsere Starbucks und Hunde. Genießen Sie Ihren Flug. Und vergessen Sie nicht. Fliegt kluger mit Klugzeug.